Oh mein Gott, das ist rekordet. Es ist rekordet? Es ist rekordet, wieso? F9? Ist das die mir hinter dran? Das steht irgendwie voll weit zu uns, Philipp. Bin es zu sein? Nee, das steht perfekt. Ich bin egal, los geht's. Was machen wir so? Ich soll dich auflegen. Was sagen wir das genau? Ich hab kein Kaltgedank, man, mich, bro. Ich hab Schalche 5. Du, ich schwimmst wie? Ich geb ein aus. Oh, du bist süß. Ich bin sexy. Ja, Philipp, gib mal aus. Gib mir. Gib mir ein. Ich hab so drauf. Sorry oder Kira? Sorry. Eins, Philipp, bist du aber spendabel, du. Ey, das wird wohl reichen. Wo ist denn der am Anfang? Ich glaube... Der ist doch da hinten gleich. Irgendwas sieht uns. Ah, ein Iodron. Gibt Bock, das Drecks wie zu machen. Da hinten ist eins. Hey, du kannst schon noch eins ausgeben, hier. Ich hab hier nur... Ja, das ist ja echt, Philipp, gell? Achso, du hast gar keine. Nein, ich kann auch gar keine. Das ist ja. Ja gut, aber der ist der Iodron. Guck mal, habt ihr zufällig Kot dabei? Das geht doch nicht ganz so wie ein Dings. Natürlich geht das. Das geht nicht. Ja doch, aber dann hauen normalerweise beide ab. Weil der Kot ja auf dem ganzen Feld rumliegt. Oh nein, das hat komisches Dings. Ich weiß nicht, wie es heißt. Streu oder was? Erstmal pente ich die Sackrate. Schau mal, ich kann gar nicht auf den Brust gehen. Schau mal, hey. Seht ihr das? Was ist damit? Ich kann gar nicht auf den Brust gehen, nur mal wie der schießt. Ja, schießt's schreu. Du sollst ihn auch vergiften und nicht irgendwie auf den Brust gehen. Kanak. Ja, Mann, ich will giften hier. Wow. Ich kann nicht so wenig zweimal vergiften oder dreimal. Ich hab Giftsverdruck. Das stimmt. Oh, ja. Junge, Vater David, Mann. Scheiß. Ja, gut. Jute, komm her. Ich schaff's auch. Voll, und... Ah, ich fall ab! Ja! Oh, der Iodron! Haha, vom Pepe Run, wurde er überwischt. Pepe Run. Ja, das ist echt pepehaftig. Also, das Iodron soll sich verpissen. Ja, das... Ich hab' ich fast gekillt gerade eben. Pass auf, das hat voll die Range. Ja, ich hab's gerade... Alter, das ist das? Ja. Ja, aber das war nur die Attacke. Natürlich, ich weiß immer nur die Attacke. Nee, das sind aber mehr damage. Doch, der wedelt den nur so aus. Oh, Gott sei Dank. Das hat trotzdem mehr damage gemacht. Du, das ist so, so, so. Ja, aber die macht dann, die macht am Ende. Die macht am Ende wie nicht. Ja, Alter. Scheiß auf, wenn... Ja. Bewege deinen Arsch aus dem Boden, dass dich alle Kinder in den Boden und dich doch so hoch ist auch in mir. Oh, Mann, du bist so unglaublich dumm. Äh, ich kick nicht, sonst freut mich weg. Ja, du hast doch ein Fachball, du hast doch ein Burschenalter, bist du dich. Ja, aber ich hab' alle, da geh' 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 alle, oh, 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 oh. Guck mal, ich hab' vergiftet. Ja, super, Philippe, auf Gift zu schießen, du Idiot. Ja, ich hab' ey, Alter. Du hast schon vergiftet und du hast schon zweimal geschossen, ja. Ich hab' ja wussten, ich hab' einmal geschossen, Dale hat das zweite Mal geschossen. Ich hab' einmal geschossen? Ja, ach nee. Ich hab' zwei Mal geschossen, ja. Ja. Ich hab' doch gesagt. Du solltest ein bisschen weggehen, gell. Ich kann nur ein Super-Power-Wurmt spammen. Ist. Das passt schon so. Und treffen sollst du halt vielleicht auch. Das wär' awesome, gell. Ja, das wär' nie gar nicht so schlecht. Aber das wird heut' nichts. Egal, dann machen wir's anders. Inzwischen doch treffen ihn. Nein. Fahrst du zu dir eh erst mal, Raid-Shotten? Alter, der ist... Eins. Zwei. Drei. Nein! Wieso dreht er sich? Oh mein Gott, was für ein Humo-Hobbit. Ja. Komm her, du Bichse, ey. Oh mein Gott. Ja, komm her. Braver Junge. Alter. Der schießt. Nein, du Face. In du Face. Alter, der dreht sich jedes Mal. Oh mein Gott, ey. Du setzt das immer falsch an. Wenn der sich immer dreht, der Humo. Ja, ja. Ja, dreht er sich nicht oder du bildest mir ein. Einbild und mach den Meister. Was ist denn das? Wir könnten die da vergiften. Obst du das schon wusste? Ich hab die Hälfte schon. Nice, nice, nice. Zwei schnell krass. Ah, geh weg von mir. Das wär in die Falle, David. Der ist so... Meine hab ich weggefressen. Irgendwie geht meine Hälfte. Fressend? Fressend oder so. Ach stimmt, du hast ja immer noch keinen Kalt. Ne. Ach, der ist so sicher dauernd. Ja, bestimmt. Hey, guck mal, der ist halt lustig schon kaputt und der Stecker die ganze Zeit. So ein Steckerboy. Ja, Regen. Frassel noch lauter gegen das hässliche Fenster. Das ist echt scheiße. Wow. Die Quamera steht direkt am Regen. Ja, der steht echt direkt am Wagen. Wagen die Quamera. Ja. Ja, komm her. Das Ding besser auf. Alter, wieso? Freizech ab. Du kannst schon wieder drehen. Freizech ab. Wie behindert bin ich? Ich triff gar nichts. Ja, vielleicht schluss du nur. Ja, ey. Der Hieber. Ja. Ja, ich drück drei und der macht den Golfer. Oh. Oh, der Typ. Wer lenkt denn der so? Hey, jetzt nicht zu akku werden. Oh ne, witz. Das ist ja immer witzig. Oh ne, witzig. Das ist ja immer witzig. Verstehe. Oh ne, witzig. Das ist ja immer witzig. Aua. Ich denk immer so, ja, jetzt kommt der dritte Hurensohn, der der zweite ist. Ich vergifte die Homos. Jetzt kommt der dritte Hurensohn, der der zweite ist. Ich hab den Kopf mal drauf und ich bin so gut. Oh, ne. Kuhar. Hey, du hast den Kopf drauf. Natürlich. Bin ja auch Pro. Ah. Bam. Alter, der dritte. Ja, du bist. Aber dann werden dann nur wegen dem Kalt-Rolle drängt. Ah, Philipp Boy, ey. Oh, du bist es nicht. Ich muss nur die richtigen Leute lernen. Hey, ohne Witzig, haben wir heute Sprach wieder alle. Alter was der Damage macht. Sprachefehler. Haftbefehl. aber auch nicht mehr auf dem Weg der Welt um ein Gott der Schöne weiß doch wissen ein Kompromiss in der Stabilität das ist am Schenken die am Schenken ist nicht am Arsch dann schenkt er war auch schon aus dem Ausdruck aus dem Ausdruck die Brüse sich nicht verkehrt aus diese Moodle ich komme hier vor dem Grund Junge, euch sind voll fett aus in der Hose! Also so werden die Weibers sich nicht einklingen. Halt's Maul! Mann! Aufs Aus! Komm so! Weil dir aufs Aus! Hey, das knackst! Ich weiß, ich knackst immer! Also komm her, du bist nicht so bedrohen! Du knackst immer! Wo ist es, man? Das kriegt echt aufs Aus! Komm her! Bleib stehen, ey, du kriegst so aufs Aus! Und! Bam! Das klingt wie ein Gehen, dass man so in den Augen hat! Was? Ihr drescht den jetzt in die Ecke, da bist du verrückt! Ich bräuchte wieder ein energetisches Ding! Siehst du das, man? Ich ahm den jetzt dauernd in den Huren-Sack! Schieb dir mal einen feinen Arsch! Ey, er macht so laut, der Mensch ist ja schon klar! Mein Fein! Arsch! Was ist los mit dir auf einmal? So ein dreckiges... Ja, wir müssen ja eine Show liefern! Ja sowas! Ich kann meinen Nasen dafür spritzen! Ich kann meinen Rotz hochziehen! Na ja, da kannst du den... Kannst schon mal den Everest reinstecken! Heheheheh! Heheheheh! Du bist echt voll der riesen Zinken! Sag ihn doch! Das war aber kein Blitz! Sag ihn doch! Junge! 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 Oh, das stimmt, Alter! BAM! 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 Oh, hallo! Lass den Film vom Mobil fixieren! 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 So epic! 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 Ein E-Schwein! Heheheheh! 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 Halt an洗igen! Und es ist noch ist! oder? Körper! uncle! Felipe! Manhotel beie! Schweine! Heheheheh! Heheheheh! Ich habe heute gesagt die musik! Wesley mit satzen! Eugene! Nicht vermitteln! O che dat! Zeils zwei mal! Die bisschen euter! Aber Schweine haben 6 sitzen! Oder wie ist es wäre hier? Sechs 8 sitzen! 8! Uга! Heheheheh! Kratzen haben Apera! Die Katzen haben sechs. Sechs sitzen. Ja? Sechs oder vier? Nee, sechs. Das ist doch scheißegal. Zitzen. Ich habe zwei Zitzen. Die wird so ein Kuhnrei. Alter, Philipp, ich mach mal Ende jetzt. Ich sag jetzt lieber gar nichts mehr. Die denken echt nicht mehr. Ich war als Ende, Mann. Zitzen. Ich war als Ende, okay. Dann geh doch. Also call mal down, yo. Yes, I'm calling, yo.